Ho, ho, ho ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den zweiten Essence-Adventskalender, den ich finden konnte, und zwar den DIY-Adventskalender. Do more of what makes you merry. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 19,95 bekommen wir das Schätzlein zum Beispiel bei dm, da habe ich den bestellt und das ist einer, den man halt am besten wirklich sich schenken lässt oder den man generell verschenkt, weil das ist ein DIY-Adventskalender, also ein Do-It-Yourself-Gedönsend. Das heißt, ich habe jetzt nicht, ich habe hier ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern ich habe hier so eine Box, die sehr schüchtern ist offensichtlich, und hier haben wir die Produkte aufgeführt, die Inhaltsstoffe. Dann habe ich hier einmal die ganzen Zahlen, dann haben wir hier die ganzen Tüten drin, die wir dann entsprechend bekleben können und befüllen werden. Und hier sind die ganzen Produkte drin. Und das sind, also anders als bei dem Essens-Adventskalender, den wir für 25,95 kaufen können, halt Standard-Sortiment-Produkte, die teilweise aber auch leider schon ausgelistet sind. Ich möchte immer super gerne erfahren, welche Produkte hiervon zum Beispiel auch noch überhaupt im Sortiment vorhanden sind, ob hier dieses Verhältnis ausgewogen ist und ob man damit auch einen schönen Adventskalender basteln könnte. Erwin, mein Stuhl, wird uns hier so ein bisschen dienen, damit wir da die Sachen auch hinstellen können und nachher uns auch ein schönes Fazit überlegen können. Aber nicht lang schnacken, ich greife mal rein und gucke mal, was drin ist. Das Erste, was mich hier nämlich anspringt, ist Glow Like a Mermaid, ein Highlighter, den ich, glaube ich, so noch gar nicht gesehen habe. 10 Gramm sind hier drin enthalten, also Forever Mermaid. Diese bunten Highlighter, muss ich gestehen, sind nicht ganz so meine Welt. Also das ist mir ein bisschen zu krass. Ich bin dann halt eher dezenter unterwegs oder halt im Glass-Skin-Segment oder so, dass man halt wirklich so einen Hauch von sieht. Aber gut, es ist ein Teint-Produkt, es ist ein Highlighter, er ist mit dabei. Ich finde eigentlich, das ist für den Adventskalender, es ist ein gutes Produkt. Als nächstes erwarten uns French Manicure Click & Go Nails im Classic Style. Ja, French Manicure, 12 Nägel sind hier drin enthalten. Ich mag solche Nägel ehrlich gesagt nicht ganz so gerne, weil ich jetzt einfach liebe, mir die Nägel selber zu lackieren. Aber gut, es ist mit drin, es ist irgendwie okay. Hier habe ich einen von den Shine 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 Wet Look Lip Glossen. Sarah Isabel in Like a Daisy in Spring sagt bei den ungeschönen Video-Vorbereitungen immer wieder zu mir, Boah, Claudi, du brauchst unbedingt so einen, die sind richtig, richtig gut. Ich muss mal gucken, ob ich den hier behalte, denn die Farbe ist echt krass. 15 Watch Me Do. Das ist ein lila, Leute. Lila. Lila mit Sparkles drin, sieht sehr, 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 sehr fancy aus. Bin ich mal gespannt. Ich meine, so deckend ist er nicht auf den Lippen und der wird einfach wahrscheinlich auch sehr bläulich quasi sein, dass du so, ja, einfach schöne glänzende Lippen hast und dann weiße Zähne wahrscheinlich, ne? Ich muss mal gucken. Als nächstes greife ich rein und habe hier ein Shine Last and Go Nail Polish in der Farbe Everybody Say Yeah. Das ist eine schöne mintgrüne Farbe, die ich richtig gerne leiden mag. Sowas schreit für mich eher nach Sommer als nach Winter. Aber hey, was soll's? Ganz schön bunt die Produkte hier drin. Noch ein Nagelprodukt. Magic Spell Nail Stickers habe ich hier drin enthalten. Ich mag nicht so gerne die Nagelsticker von Essence, weil die sich bei mir halt immer nach oben rollen, sodass ich irgendwie... Die halten bei mir nicht. Das sieht immer so blöd aus. Habt ihr einen Trick, wie die bei euch gut halten? Dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ui, eine Mascara. Äh, Volume Hero Mascara in Waterproof. Das ist ja Wahnsinn. Scheint eine Gummibürste zu sein. Finde ich ganz interessant. Also hier eine Full Size Mascara drin enthalten zu haben, ne? Das ist auf jeden Fall positiv. Sowas würde ich in eine 6 packen. Das ist auch schon Protecting and Skin Perfecting Primer mit Lichtschutzfaktor 20. 30ml sind hier drin. Wenn ich mich richtig erinnern, müsste das der sein, den ich tatsächlich auch selber besitze. Ein sehr, sehr reichhaltiges Produkt. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Also wenn das der ist, den ich auch habe, ne? Dann ist es etwas, was ich euch mega empfehlen kann. Ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht. Aber Lichtschutzfaktor 20 ist besser haben als brauchen, um das mal so zu sagen. Man sollte ja immer Lichtschutzfaktor verwenden. Am besten 30 oder 50, je nachdem, was du so für ein Häutchen hast. Aber gut, ja, ist auch alles Full Size. Hier ist keine Travel Size drin. Das ist auch ein schöner Lippenstift. Und zwar ist das dieser Semi-Shine in der Farbe 104 First Love. Die sehr fancy aussehen, weil die so weiß diese Kappa haben. Das ist ein bisschen, oder? Ja, der ist jetzt noch zu. Das ist blöd. Ich kann den nicht aufmachen, ne? Das wird jetzt kein super deckender sein. Der macht dann so ein Hint auf Tint auf die Lippen drauf. Aber ich mag gerne die Lippenstifte, also diese Form von Lippenstiften von Essence, weil die sehr schön auf den Lippen sich auch anfühlen. Noch ein Shine, Shine, Shine habe ich hier. Das ist jetzt in der Farbe 22 Peaches & Cream. Der hat auch Schimmer mit dabei und halt so eine Peach-Pfirsich-Farbe. Also, ja, komm, ne? Drittes Lippenprodukt ist am Start. Das wird hier gerade ganz schön viel. Fünftes, nein, viertes Lippenprodukt. Plumping Nudes Lipgloss. Ach, der ist schön. Das ist so ein, ja, Move-Ton. Wie heißt du denn? 04 That's Big. Aber dann halt mit goldenen Sparkles drin, was auch schön aussieht, ne? Und auch zur Weihnachtszeit dann passen könnte. Aber es ist ein bisschen viel Lippenprodukte hier. Hier habe ich noch ein Nagelprodukt. Ja. Ich mag French Manikür, habe da aber nicht die Muße für, mir das zu machen. Habe aber auch gehört, dass dieses French Manikür relativ out sein soll. French Manikür Tip Painter ist das hier nämlich. 01 It's Perfectly Fine. Das ist dieser hier. Ja, ist halt ein Weißton, ne? Den kannst du theoretisch auch auf den ganzen Nagel machen und dann hast du halt einen weißen Nagellack. Noch eine Mascara. Super Curl Volume Mascara Eye Opening. Okay, und die hat auch ein Gummibürstchen, was so geschwungen ist. Das ist hier hinten so drauf abgebildet. Ja, cool. Also schon schön, ne? Eine zweite Mascara hier mit beizuhaben. Dann hast du auch so ein bisschen die Auswahl. Noch ein Nagellack. Aber eine schöne Farbe. Endless Summer, die Nummer 58. Passt für mich jetzt nicht unbedingt im Adventskalender. Aber da ich den Adventskalender im September auspacke, passt das natürlich super. Wunderschönes, ähm, ja, fast schon Melonenfarbenes Peach. Wow. Das ist eine ganz bescheuerte Bezeichnung gewesen. Aber ich finde die Farbe sehr, sehr schön. Schön knallig, schön bunt. Hier habe ich ein Augenprodukt und zwar Thin & Thick. Ein 2 in 1 Eyeliner Pen. Da hast du zwei verschiedene Seiten. Einmal für die, für eine präzise Geschichte und einmal für eine etwas breitere Geschichte. Sowas finde ich schön, ne? Also ich würde vor allem dann mit der dünnen Seite arbeiten. Dann wüsste ich halt nicht unbedingt, warum es dann auch eine dicke gäbe. Aber ist okay. Ne? Weil eigentlich versuche ich ja so präzise wie möglich meinen Wing dahin zu basteln. Aber vielleicht ist die dicke Seite auch total super. Man weiß es nicht. Aber ich, das ist halt immer so das Ding bei diesen DIY-Geschichten von Essence, ne? Da sind super viele Produkte drin, wo ich denke, hm, sind die überhaupt noch im Standardsortiment oder sind die schon längst ausgelistet und irgendwelche Resterampe-Wir-Fegen-Mal-Zusammen-Geschichten? Ein Mono-Lidschatten habe ich hier drin und zwar ein ganz normales, mattes Weiß. 2,5 Gramm in der Farbe 20 Cream. Das ist halt ein, ja, Mono, mit dem kannst du grundsätzlich dein Augenlids setten, ne? Das kann man theoretisch bei jedem Look verwenden. Schon brauchbar. Noch ein Eyeliner ist hier drin. Ne. Nail & Cuticle Tattoo Liner. Das finde ich interessant. Das finde ich interessant. Damit kannst du dir dann auf den Fingern drauf rummalen. Feier ich. Okay, das wird ausprobiert, Leute. Also das ist ein Nagelprodukt, was ich so noch nie gesehen habe. Aber was ich feier. Ich hätte erst gedacht, das wäre ein Eyeliner. Ist ja wahrscheinlich ähnlich wie ein Edding, oder? Mal gucken. Aber hier ist auf jeden Fall so abgebildet, dass du damit dann so malen kannst. Ich mag sowas. Mutig. Ein Augenbrauen-Gel. Color & Shape. Haben wir nämlich in der Farbe New Lines Brown. Nicht jeder hat braune Augenbrauen, ne? Das ist eben so das Ding. Jetzt hatte ich gerade gedacht, ich hätte meinen Lippenstift abgemacht. Ähm, ja. Muss ich mal gucken. Ich glaube eher weniger, dass es bei mir bleiben wird, weil sowas gibt es sicherlich auch in Ashblond oder so, ne? Das ist dann eher so meine Farbe. Das wäre zu dunkel. Draußen kämmeln sich Hunde. Mensch. Okay, ich sehe auf jeden Fall, dass wir keine Lidschattenpalette hier drin finden werden. Schade. Echt schade. Hier habe ich von diesem Semishine in der Farbe 102 nochmal die True Me. Also wir hatten ja eben, glaube ich, 104, ne? Und jetzt habe ich die 102. Ist jetzt nicht so super unterschiedlich. Also da hätte ich irgendwie ein bisschen mehr Variationen schön gefunden. Abgesehen davon haben wir nämlich hier noch einen drin. Wobei das ist jetzt ein This Is Me in der Farbe 07 Enough. Der ist auch sehr für Sarah Isabel geeignet, weil die halt auch gerne diese sehr dunklen Sachen mag. Und ich würde euch die gerne rausdrehen, da die aber noch verschweißt sind und ich nicht jedes Lippenprodukt hier behalten werde, ne? Ähm, lasse ich die jetzt einfach mal zu. Tut mir leid, wenn ich die nicht alle swatchen kann, euch zeigen kann und so weiter. Aber das geht halt nicht, ne? Das wäre auch ein bisschen krass, finde ich, wenn ich jetzt bei den ganzen Adventskalendern, die ich auspacke, jedes Produkt behalten würde. Alto Belli, Leute. Wir brauchen dann noch ein neues Haus, bitte. So, hier habe ich dann noch was für die Nägel und zwar wieder French Manicure Nail White Pencil. Also die habe ich damals auch schon nicht verstanden. Ich habe mir immer gedacht, ja, dann wascht euch doch einfach die Hände, Leute, ne? Also ich fand es nie so bombastisch und feiere den auch nach wie vor nicht so wirklich. Also nie. Noch ein Eyeliner, wow. Super Last Eyeliner Waterproof. Das ist so ein Dip Eyeliner, die ich persönlich jetzt nicht so ultimativ feiere. Ähm, ja, nee, nee. So, dann greife ich hier rein und habe noch drei Stifte. Einmal ist es ein Long Lasting Eye Pencil in Rosy and Goldy. Nummer 31. Okay, sowas ist speziell. Es ist irgendwie hübsch, ne? Das ist so ein goldener, damit kann man sich vielleicht am unteren Wimpernkranz was basteln. Oder so, äh, inneres Drittel oder so oben kann man vielleicht auch schön mit malen. Hält bei mir halt nicht so wirklich, weil Schlupflider. Dann habe ich hier noch einen Kajalstift in Beach Boom. 26 Kajal Pencil Eyeliner. Das ist auch eine schöne Farbe. Sowas mag meine Stiefmum. Ähm, nein, meine Stiefschwiegermutter in Spee. Die mag sowas immer sehr, sehr gerne leiden. Äh, wenn der jetzt noch lange hält, wäre das natürlich cool. Und es ist halt ein schönes, schönes, schönes Blau. Möchte ich auch gerne leiden vom Farb von her. Und ein Lip Liner ist auch noch mit am Start. Ähm, der Soft and Precise Lip Liner Long Lasting. In der Farbe 105 Be Mine. Auch das ist einer von diesen Holzstiften zum Anspitzen. Ich müsste den hier tatsächlich vielleicht sogar noch da haben. Das ist nämlich so ein super schöner, universeller Ton, den du mit extrem vielen Lippenprodukten kombinieren kannst. Egal, ob du so ein knalliges Rot nimmst, ob du so einen relativ nudigen Ton nimmst oder so, ne. Es passt halt sehr schön, weil sowas immer sehr nah an, also vor allem an meiner, an meinem Teint dran ist. Nicht nur an meiner Hautfarbe, sondern auch an meinem Unterton so, ne. Weil das halt auch so ein bisschen rosig ist. Das passt bei mir ganz gut. Ja, das wäre er nun, der Essence DIY Adventskalender, Leute. Das sortiere ich hier noch ein bisschen zu, dass wir hier auch eine kleine Übersicht haben, über wie viele Produkte aus welchem Segment hier so drin sind. Ich weiß jetzt nicht, ob jeder DIY Adventskalender den gleichen Inhalt hat. Würde ich aber schon tippen, ne. Ja, würde ich schon sagen. Bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so ultra Fan von, weil ich den von, also den anderen von Essence finde ich einfach schöner. Den finde ich liebevoller gestaltet. Irgendwie ist der abwechslungsreicher und irgendwie haben wir da nicht so zusammengewürfelt die Produkte drin, wenn ihr versteht, was ich meine. Also wir haben hier zwei Teint-Produkte drin. Wir haben zwei Mascaren drin, was ich cool finde. Zwei Kajalstifte, zwei Eyeliner. Dann haben wir einen Monolidschatten, einen Augenbrauengel, drei Lipglosse, drei Lippenstifte, einen Lip Liner, so zwei, drei Nagel, vier Nagelzusatzprodukte würde ich sagen, ne. Drei Nagellacke. Ja, ähm, nee. Also für mich wäre das jetzt kein Adventskalender, den ich jetzt hart feiern würde, ne. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch schon das andere Unboxing gesehen. Aber ich finde, der ist halt wirklich so ein bisschen zusammengefegt. Also für mich sind hier super viele Produkte drin, die halt eigentlich gar nicht mehr im Sortiment drin sind und die einfach nur raus mussten. Und dann hat man sich gedacht, ja, wie kriegen wir die dann noch irgendwie für einen schönen Preis weg? Machen wir dann einfach mal so einen Adventskalender daraus? Das fände ich immer ein bisschen blöd, ne. Und in Relation zum Beispiel zu den Adventskalendern DIY von Catrice, ähm, Catrice hat ja auch immer so Lidschattenpaletten und sowas drin. Das vermisse ich hier. So einen üsseligen Monolidschatten. Nee, das finde ich dann auch irgendwie nicht so cool, ne. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung mal unten in die Kommentare. Das fände ich mal ganz interessant. Und, äh, dann war es das auch hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.